Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrug bei eBay-Kleinanzeigen. Eine neue Betrugsmasche namens Dreiecksbetrug. Betrug gibt es ja leider überall und auch nicht so wenig. Ja, und vor allem auch immer mehr. So auch bei eBay-Kleinanzeigen. Also der kleine Bruder oder die kleine Schwester von eBay selbst. eBay-Kleinanzeigen ist eine Plattform, bei der man ohne Gebühren hier eben kleine Anzeigen einstellen kann, um Dinge zu verkaufen. Tja, und klar ist, wenn es ums Geld geht, dann sind die Betrüger meistens nicht weit. Eine neue Betrugsmasche ist der sogenannte Dreiecksbetrug, bei dem zwei Nutzer von eBay-Kleinanzeigen gegeneinander ausgespielt bzw. betrogen werden. Also genau genommen sind hier zwei Opfer. Die Opfer. Ein Verkäufer bietet zum Beispiel ein Handy bei eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf an. Stellt euch also vor, ihr würdet jetzt euer altes Telefon verkaufen. Und hier eine Anzeige schalten. Ihr gebt den Preis an, ihr schreibt einen kleinen Text dazu und ladet ein paar Fotos hoch. Der Täter zeigt Kaufinteresse an eurem Handy und erfordert zur Bezahlung die Paypal-Dauten des Verkäufers. Umgehend bietet der Täter selbst dieses Handy in eBay-Kleinanzeigen zum Kauf an und wird vermeintlich so zum Verkäufer. So zum Verständnis, ihr stellt euer Handy ins Internet auf eBay-Kleinanzeigen. Also eine seriöse Plattform, der man eigentlich vertrauen kann. Nur nicht unbedingt den Benutzern der Plattform. Ihr stellt nun euer Handy zum Verkauf rein, gebt dem angeblichen Interessenten eure Paypal-Daten. Der angebliche Interessent hat euer Angebot eins zu eins nun kopiert und stellt es selbst auf eBay-Kleinanzeigen. In der Regel natürlich nicht auf das gleiche Konto, mit dem er euch schreibt. Der Betrüger hat hier einfach noch ein Konto, bei dem er einfach die Bilder und alles, was ihr an Texte geschrieben habt, direkt in seine Anzeige hinein kopiert. Dem ahnungslosen Käufer leitet der Täter nun die Paypal-Daten weiter. Also die Daten des Verkäufers zur Bezahlung weiter. So erhält der Verkäufer vorläufig wirklich sein Geld und sendet das Handy an die Adresse des Täters. So? Oder der Täter holt sich den Artikel vor Ort ab. Also angenommen, ihr stellt euer Handy bei eBay-Kleinanzeigen rein. Der Täter bekommt von euch die Paypal-Adresse. Der Täter kopiert euer Angebot und lässt das Geld von Paypal, also von dem nächsten vermeintlichen Kunden, das zweite Opfer in dem Ganzen, an eure Paypal-Adresse senden. Obwohl der Täter ja die Daten kopiert hat. Das heißt, das Opfer fällt nicht auf eure Anzeige herein, sondern auf die Anzeige von jemand anderen, die von euch einfach nur kopiert wurde. Und ihr erhaltet nun das Geld. Der eigentliche Käufer wartet mehrere Tage vergeblich auf das Handy und der Betrug wird bemerkt. Über den Paypal-Käuferschutz holt sich nun das Opfer das Geld zurück. Aber ich hab's euch ja erklärt. Das Opfer ist eine dritte Person in dem Spiel. Also ein anderes Opfer. Das Opfer hat an eure Paypal-Adresse Geld übersendet, obwohl es ja gar nicht mehr eure Anzeige ist. Dann merkt das Opfer, dass keine Ware kommt. Und das Opfer zieht über Paypal sein Geld zurück. Opfer geschädigter ist der Verkäufer, also ihr in erster Instanz. Der Verkäufer, er wurde um sein Handy und um den Verkaufsbetrag betrogen. Das Ganze funktioniert also so. Ihr stellt eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen rein und jemand interessiert sich dafür. Möchte von euch dann die Paypal-Daten. Nun erstellt dieser das komplette Angebot als Kopie. Und lässt von einem weiteren Kunden das Geld auf euer Konto senden. Ihr denkt nun, dass das Geld ja eingegangen ist. Und nun verschickt ihr die Ware an den Täter. Der Täter meldet sich natürlich mit seiner Anzeige nicht bei dem anderen vermeintlichen Kunden. Und dieser wird dann natürlich irgendwann ungeduldig und möchte nun sein Geld zurück. Wenn dieser nun sein Geld zurückzieht, zieht er es von eurem Konto zurück. Der Täter in der Mitte der ganzen Geschichte hat nun euer Handy. Und ihr nichts. Und der eigentliche Täter ist nicht mehr erreichbar. Da meistens Scheinadressen oder leere Wohnungen angegeben werden mit falschem Namen oder falschem Briefkasten. Die Täter nutzen hier gerne leer stehende Wohnungen und dessen Briefkästen aus. Und da kann man, wenn keiner eingezogen ist, jeden Namen drankleben. Das heißt, die Adresse existiert. Ihr schickt nun euer Paket nach erhaltener Zahlung von dem anderen Opfer an den Betrüger. Und der Betrüger haut mit dem Handy dann ab. Und das zweite Opfer lässt das Geld von eurem Konto zurückgehen. Im schlimmsten Fall erhaltet ihr vielleicht sogar noch eine Strafanzeige. Leer geht ihr allerdings dabei aus. Der Betrüger hat nun ein schönes neues Handy und kann dieses tatsächlich noch einmal verkaufen. Doch es gibt ein paar Tipps, wie man sich davor schützen kann. Der Verkäufer bestimmt den Ablauf des Zahlungsvorgangs. Also nicht der Käufer. Also ihr als Verkäufer bestimmt, wie die Regeln aufgestellt sind beim Verkauf. Überprüft, ob die Paypal-Adresse, also von dem Kunden von euch, auch mit dem Namen übereinstimmt. Und ja, gleicht eben auch ab, ob Peter Müller, der bei euch gekauft hat, auch eine Peter Müller Paypal-Adresse hat. Überprüft sämtliche Daten von der Paypal-Rechnung, die ihr erhaltet. Denn auch hier müsste, selbst wenn die E-Bail-Adresse anders lautet, der echte Name des ja eigentlichen Kunden mit drinstehen. Ein Versandnachweis sollte man definitiv immer ausstellen. Das heißt, eine Sendungsverfolgungsnummer sollte man sich definitiv bei jeder Sendung mitkaufen. Ich glaube, ab 1,45 oder so ist das schon dabei. Bei Päckchen nicht, bei Paketen wieder. Da muss man schon aufpassen, dass man definitiv eine Sendungsnummer hat. Verkaufsartikel persönlich gegen Bezahlung, also beim Abholen das Ganze machen, ist natürlich nicht immer so einfach. Denn nicht jeder kann besucht werden. Also, oder möchte auch vielleicht nicht besucht werden. Und ich finde so Transaktionen mit gebrauchten Artikeln auf irgendeinem Parkplatz zu regeln, auch ziemlich skeptisch. Vor dem Versenden des Artikels sollte definitiv auch der Zustand immer dokumentiert sein und jede Menge Fotos von dem Produkt, das ihr verschickt habt, existieren. Denn auch hier kann jede Menge Ärger passieren. Definitiv solltet ihr euch nicht auf keinen Fall unter Druck setzen lassen und immer ruhig bleiben. Denn was soll euch schon passieren, wenn ihr noch nichts an Geld bekommen habt und nichts versenden wollt erst mal? Oder ihr wollt es natürlich schon versenden, weil ihr wollt ja das Produkt verkaufen und ein paar Euro damit machen. Aber man sollte sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Zum Beispiel bei Androhungen rechtlicher Schritte. Immer Vorsicht walten lassen. Bei Betrugsverdacht solltet ihr immer ausnahmslos eine Anzeige bei den Polizeibehörden erstatten. Und das kann man örtlich tun. Die 110 ist hierfür natürlich die falsche Telefonnummer. Am besten einfach hingehen oder ihr googelt Polizeibehörde mit dem Namen eurer Stadt dahinter. Oftmals gibt es hier Durchwahlen, die direkt in die nächste Polizeidienststelle führen. Also um die Ecke quasi, im gleichen Ort. Dass man nicht erst auf der großen Hotline anruft, die ist natürlich dafür da, für echte Notfälle. Das hier ist kein Notfall, aber es ist Betrug, der auf jeden Fall auch gemeldet werden sollte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine oder eine ähnliche Masche hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch wie in diesem Beispiel, es gibt nun mal die Opfer. Es ist in diesem Fall nicht unbedingt sehr einfach, dem Betrug zu entgehen. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wer mag, seit neuestem gibt es auch die Kanalmitgliedschaft hier auf diesem Kanal. Als Kakerlaken-Fan oder als Kakerlaken-Liebhaber bis hin zum Kakerlaken-Fetischisten. Hier hast du die Chance, den Kanal finanziell mit deinem Premium-Abonnement zu unterstützen. Einen wirklichen Vorteil habt ihr davon nicht. Ihr unterstützt den Kanal mit finanziellen Mitteln, damit die Videos hier professioneller werden können. Ein paar kleine Beiträge in dem Community-Tab bekommt ihr trotzdem obendrauf als kleines Schmankerl. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann teilt es ja gerne oder gebt auch einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.